Hallo und willkommen zu Jacks World. Die kommenden Wochen haben sich im Zoo super eingelebt. Es geht ihnen sehr gut und die Menschen freuen sich daran. Mein Safari-Forscher-Team hat den Auftrag für den Zoo, eine neue Schildkröte zu bringen, nämlich eine Galapa aus Schildkröten. Sie sind die größten Schildkröten der Erde. Die Frau ist wieder reiht von dem Commodore-Rahmbiss und die Jeep sind wieder voll aufgerüstet. Sie haben eine Säge, eine Axt. Hier ist ein Schildkröten drin. Jetzt kommt es zu, ist ein Ölkanister, ist eine Säge. Das war ein Arztkopf, ein Rad, zwei großen Koffer, ein Benzinkanister, eine Box, wo ein Schägel drin ist. Hier haben wir ein paar Rewehre drin. Hier haben wir ein Wasserkanister, hier haben wir eine Box, hier haben wir einen Safari-Deckel, und hier haben wir eine Lampe, ein Motor-Säge, ein Licht, eine Decke, drei Benzinkanister, noch eine Picknick. Hier haben wir einen Schaufel. Bis gleich. Jetzt fahren Sie mal los. Und jetzt fehlen wir noch, wie das Safari-Team da so. Kommt so, wie dahinter, wo vorbeifährt. Das wird ein schwerer Weg dahinter. Gleich sind wir auf keiner Box. Hier können die doch sitzen. Da. Da wird eine Regenschild. So, das Team ist angekommen auf Palapakos. Ein langer Weg mit dem Schiff. Und weiter geht's. Da müssen die Flüchte auf die Wand fähren. Der fährt wieder in roten Landis. Der hat sich nicht festgefahren. Der macht ziemlich viel Dreck, der Kuh, ne? Wie? Verdammt, schwül hier. Ups, man überbohrt. Unser Mechaniker ist von Landy gefallen. Bäh. Wie geht's? Zack. 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 Das ist schuldig. Hier breiten wir unser Lager aus, das Nachtlager. Hier breiten wir unser Lager aus, das Nachtlager. Hier breiten wir unser Lager aus, das Nachtlager. Hier breiten wir unser Lager aus, das müssen wir mit der Kette rausziehen. Oh, die Mechaniker ist wieder rausgefahren. Hier breiten wir unser Lager aus, das Nachtlager ist wieder rausgefahren. Diesmal zieht meinten Schildkritte, wenn nicht weggeht. Wir müssen erstmal die grünen Läden retten. Kette umspannen. Mist. Scheiß Sumpf. Aber ich komme noch nicht dran. Kette befestigen. Das ist kein Spaß, Leute. Das war kein Spaß, Leute. War Hauptsache geschafft. Los, die Schildkröte jetzt. Erstmal. Ketten. So. Jetzt geht ein. Zack. Los, die Palette holen. Ja, eine Waldmann für den Wald. Wir müssen Schildkröte auf die Palette hieven und festbinden. Schwer aus wie. So, wir haben es hingekriegt. Jetzt tue zu. Au. Au. So, die Schildkröte. Schildkröte hat mich gebissen. Au. Und sie hat mir die Finger in der Tür angeklemmt. Au. Er ist zweimal vom Jeep gefallen, wurde einmal gebissen und hat sich gleichzeitig in der Tür eingeklemmt. Äh, 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 äh. Autschen. Das war nicht witzig, Leute. Jetzt beginnt der mühsame Heimweg. Hoffentlich lässt er sich nicht nochmal beißen. Das war nicht witzig, Mann. Jetzt möchte ich auf das Handy vorheizen. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020